einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen liebe leute zu einer neuen folge von den landwirtschaftsmonat 17 feuerwehr herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem channel ihr seht vielleicht vielleicht aber auch nicht schon im titel eingeblendet es gibt jetzt in diesem video noch keinen einsatz sondern erst im nächsten heute möchte ich einfach mal auf die fahrzeugtraktion sozusagen eingehen ich möchte heute in das testgelände von südtirol fahren das befindet sich genau ich sag mal so ungefähr 200 meter von der berufsfeuerwehrwache entfernt ja ich muss mir vorher erst mal überlegen mit welchen fahrzeug ich da hinfahre ich habe mir jetzt erst mal zwei fahrzeuge ausgesucht mit denen ich das jetzt absolvieren möchte vielleicht werde ich dann noch ein weiteres fahrzeug dazu holen oder ihr sagt vielleicht wenn das video sogar gut ankommt bei euch dass ihr dann sagt ich möchte jetzt zum beispiel ich sag jetzt mal so ganz grob das nächste mal lieber herr paul das hlf sehen und dass ich da mal ein bisschen durch das testgelände fahre sozusagen aber heute nehme ich erstmal in diesem video von mir persönlich zwei fahrzeuge die ich jetzt ausgesucht habe zum einen ist das jetzt der elw den ich auch geupdatet habe das muss ich dazu sagen denn ich hatte ja im gestern in den stream noch die veraltete veraltete version von den elw aus der mühlheimer feuerwehr an der ruhe der berufsfeuerwehr ich vergessen zu sagen genau und das zweite fahrzeug ist denn unser oder mein hlf at 3 von rosenbauer somit ist das ist das zweite fahrzeug mit denen ich dann zu diesem testgelände fahren werde aber ich komme jetzt erst mal zum elw und gucke mir das erst mal an ich stelle euch das ganze testgelände einmal vor und dann schauen wir mal wie ich dann beginne also es gibt da verschiedene ebenen muss ich dazu auch sagen es gibt ich weiß gar nicht wie man das nennt räderkontrolle oder so ich weiß es nicht ich zeige euch gleich was ich meine ich kann das jetzt gerade irgendwie schlecht beschreiben was ich gerade genau meine ich fahre jetzt einfach mal hin und dann sehen wir weiter also jetzt muss ich bloß noch hier vorbeikommen ja das muss man natürlich auch erst mal machen dass ich dann auch hier heil noch ankomme okay da ist es auch schon gibt es eigentlich eine richtige auffahrt ich glaube nicht dann nehme ich jetzt einfach die hier und fahr jetzt hier ganz professionell hoch ihr seht hier auch schon einen kleinen schriftzug mit start also ich könnte hier beginnen da über die ebenen fahren ich kann noch ein bisschen blau nicht nur einschalten ja und dann würde es hier in so eine unebene fahrbahn gehen dann gibt es die zwei varianten entweder fährt man gerade aus oder nach rechts über den großen hügel oder über ein kleines unebenes feld nenne ich das das ist wirklich ganz schön creepy also könnten schon wirklich sehr schnell die fahrzeuge um kippen da muss ich ein bisschen langsamer drauf fahren ja das ist hier der todesberg steht hier genau drauf irgendwas mit kipp also weiter kann ich jetzt nicht lesen tja falls sie wissen was falls ihr wisst liebe leute was da steht dann schreibt es mal gerne unter diesem video in die kommentare es steht da irgendwas von kippes oder so kippes genau ach kippes also kippt das fahrzeug zur seite das möchte ich eigentlich verhindern ich möchte eigentlich so gut wie es geht hier durch diesen parcours kommen dann gibt es natürlich noch zum schluss diese netten balken die an dem boden integriert sind oha also das wird wirklich ein spaß dann hat man hier so eine art kreisverkehr oder ein kreis in dem man so schnell wie möglich rumfahren muss zum beispiel das kann man ja so halten wie man möchte so dann hole ich auch gleich mal das nächste fahrzeug nämlich das hlf dass ich gleich schon mal beide fahrzeuge dort habe dann kann ich gleich starten mit den elb und dann das zweite fahrzeug ist dann das hlf also ich schätze mal das hlf wird besser abschneiden als der ewe wenn ich wenn man das so sieht von der höhe zum beispiel von den fahrzeugen von den reifen her da würde man sagen das hlf ist ein bisschen stärker um elastischer also ist mehr besser verbaut stabiler verbaut finde ich auf jeden fall weiß ich aber nicht ob es jetzt genauso ist wie ich das eben gesagt habe das sehen wir jetzt ich beginne jetzt einfach mal den parkour ganz sachte auf der hoffnung dass ich jetzt keinen unfall baue das sollte natürlich vermieden werden denn das wäre natürlich auch das schlimmste was einem passieren könnte also ich beginne jetzt einfach mal hier und fahr mal kurz um die kurve und ich würde sagen wir starten jetzt in die erste runde der ewe der berufsfeuerwehr tirol beginnt jetzt mit den test parkour los geht's okay wir haben schon mal das erste hindernis eine wirklich sehr unebene fahrbahn und man sieht auch schon das fahrzeug hängt auch ein wenig in der luft wenn ich da über die einzelnen huckel fahr guck mal jetzt schwebt das genau in der luft das ist jetzt ein richtig richtig geiles bild ich könnte noch mal das blaulicht einschalten das sieht gerade richtig nice aus sondern fahr ich mal lieber weiter ich möchte ja natürlich auch fertig werden hier also wenn ich jetzt wirklich schnell rüberfahren sollte dann könnte ich mir wirklich gut vorstellen dass ich entweder fliege feststecke oder um kippe das könnte natürlich passieren ich mache das einfach mal lieber langsamer dass ich hier wirklich noch die nächsten parkour arten durchgehen kann so ich würde sagen ich weiß mal geradeaus und dann werde ich anschließend auf den berg fahren ich war jetzt einfach mal hier draußen herum und dieses wackelige feld und probiere mein bestes und dass jetzt irgendwas schlimmeres passiert fahren wir einfach zwei runden dann fahre ich jetzt auf den kippesberg oha also es ging jetzt schnell hinauf und schnell wieder runter also das fahrzeug fährt sich wirklich sehr sehr gut kann man wirklich nicht meckern ich war jetzt nur eine zweite rum das feld und dann komme ich gleich zum krönen abschluss und fahre jetzt da mit einer erhöhten geschwindigkeit drüber ich hoffe da passiert jetzt nichts großartiges super also das ist wirklich ein super fahrzeug was sich sehr gut fahren lässt jetzt war ich nur einmal um den kreis die sagen wir dreimal da fängt ein bisschen an zu schlittern kommt etwas entschleudern schleudern aber trotzdem der ewe fährt sich wunderbar da kann man wirklich nicht meckern wirklich riesen respekt an dem modder der dieses fahrzeug erstellt hat okay das war es so viel zum elw einzigen kritikpunkt den ich jetzt an dieses fahrzeug habe von diesem test drive gelände das fahrzeug ist im kreisverkehr in sozusagen kreisverkehr den ich jetzt so ernannt habe ein wenig ins rutschen gekommen das könnte man vielleicht noch ändern aber im großen und ganzen fährt sich das fahrzeug wunderbar also da braucht man jetzt auch nichts weiteres zu sagen also ist schon wirklich ein sehr sehr cooles fahrzeug so jetzt bin ich gespannt auf den at3 von rosenbauer wie er diesen parkour jetzt abschneiden wird ich beginne jetzt mit dem parkour also ganz leicht erst mal da fahre ich jetzt einmal komplett rüber hier sieht man das auch wunderbar dass dieses fahrzeug keine probleme hat also von der höhe das kann man sich auch noch mal ansehen da sollte es keine probleme gehen also ich könnte so schnell rüber rasen ohne dass etwas passiert die federn arbeiten sehr gut da kann man jetzt wirklich nichts schlimmeres gegen sagen das feld ist für ihnen klacks ich fahre einfach irgendwie rüber es sieht so aus als ob ich auch einfach über über das feld leide jetzt kommt der kippesberg da bin ich jetzt mal gespannt auch hier geht es schnell hoch und schnell wieder abwärts und ein zweites mal geht es jetzt über das um eben eine feld also die räder hantieren wirklich sehr gut man kann da wirklich nicht meckern und jetzt geht sie in den vorletzten parkour oder sozusagen letzten da funktioniert alles wunderbar und jetzt kommt noch der kreisverkehr mit einer erhöhten geschwindigkeit fahre ich einmal kurz rum man merkt gar nichts nichts schlimmeres das fahrzeug rutscht gar nicht es lenkt sich sehr gut das ist wirklich ein fahrzeug der elite das ist das alpha fahrzeug das könnte man eigentlich wirklich so benennen ja rosenbauer at3 alpha fahrzeug also nicht von der version jetzt ja ich meinte natürlich dass es das beste ist so mache ich das natürlich also zwei fahrzeuge die wirklich sehr sehr gut etwas abkönnen also die gelände spielen ich gar keine so große rolle ich bin zufrieden mit den ersten test drive video und ich hoffe ihr seid es auch liebe leute und falls noch mehr folgen sehen wollt dann schreibt bitte doch mal falls ihr das möchtet unter diesem video in die kommentare ob wir noch mehr test drive videos sehen wollt wenn ja dann sucht euch ein fahrzeug aus mit dem ich das machen soll ich könnte natürlich noch mal mit die beiden fahrzeuge noch einmal ein video drüber machen aber diskutiert es einfach mal aus falls du da draußen lust und laune hast ja und damit ich sagen ich wünsche euch jetzt mal einen angenehmen oder einen schönen tag haut rein bis zum nächsten mal ciao